Ach, jetzt fahren wir China? Oder? Ne doch nicht. Mal leise, ja. Bin auf China. Oh, 12% regen. Okay. Ne, ich bin doch nicht in China. In der Quali 12% regen! Ja, scheiße! Wo bin ich hier eigentlich? Ich fahre leise hier. Hö, ist das nicht in China? Nein! Im Rengen! 100%! Oh ja! Scheiss! Das regen wahrscheinlich gerade 100%?! Ja! Dann brauche ich ja noch mein Allwetter Setup drauf! Und ich bin schon wieder der Erste auf der Strecke. Ich bin wieder der Letzte. Meine Reife ist dran, Monitor geht ab und da fährt der Jako schon weg. Mucke, hast du eigentlich mal mit Tom in Foren geguckt, ob da irgendwas dran steht? Ja, wir sind gestern eine Stunde lang oder so. Eine Stunde haben wir da rumgegoogelt und haben nichts gefunden. Ich rache euch mal beim PC-Spezialisten anzurufen. Das ist die einzige Lösung, die ich jetzt habe. Hallöchen, hier ist der Mucke in Letzte. Hallöchen, ich habe Problemchen. Und ups, da ist mir mein Stift runtergefallen. Ach, wir kriegen das schon hin, ne Tom? Ja, müssen. Wäre gelacht. Und da ist Pascal unterwegs auf Abwägen. Also das mit meinem Pad ist komisch, ich fahre so, als wenn ich mir Tastatur fahre. Fahre mit Tastatur, mach ich auch. Oh Gott, bloß nicht. Was denn? So schlimm ist das gar nicht. Fahre mit Lenkrad, mach ich auch. Oh, Patacke. Oh, Patacke. Ist ja schlimmer wie im Porno, wie du fährst. Als im Porno. Der war gut. Alter, was verdient jetzt die Kontrolle? Alter, du fährst halt wie so ein Fister-Driver. Das ist nicht so. Oh, ne Pascal. Hast du noch Gangster-Driver? Ja. David Ghetto, heier, so heißt er ja. Hart wie Stahl und süß wie Amarello. Nein. Mike hinter mir? Ja, nein. Geh weg, die Kotze auf den Strahl. Ey, hör auf mir mal. Ich sage Bescheid, wenn ich eine Kopie von meiner Aussage haben möchte. Hör auf. Du, das sage ich mittlerweile sogar schon in den Aufnahmen. Hahaha. Also, Mucke, entweder machst du dich weg oder... Ja, keine Ahnung. Mach voran. Nee. Fett, denk dran, einsteigen. Ja. Ich meinte eigentlich Mucke. Okay, Tom, du hast es auch kapiert. Ja. Super. 280 durchs Ziel, ne? Also, geht doch. Ja, wir waren 260. Scheiße. Oh, Mucke. Wo ist es denn? Fahr vorbei, fahr vorbei. Okay. Runde ist im Arsch. Nicht unbedingt. Doch, die ist kaputt. Komplett kaputt. Der hat mich halt weggedreht. Erster Sektor von mir. 25, 199. 27er. 27er Sektor. Das heißt Mike, ich kann das nicht. Beißen du hier rum. Wachtest du doppelt an? Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch. Versackel, hau dich weiter voll rein. Was hau ich voll rein? Hau weiter voll in das Training rein. Geht nicht, gibt's nicht. Ich dachte Praktiker schon. Halt aufs Mager mit dir mit Mike, ne? Okay. Okay. Dann muss ich wohl in den zweiten Gang schalten. Ja, mit wohl Zeit, ne? Ich hab pinken Sektor. Oh, die Rennleitung ist hinter mir. Bloß weg hier. Ja, wenn Bernd kommt. So, DRS, Kerst und Wimmschatten. Oh, und Kerst. Du hast immer ausgedrückt, sonst was? Aber ich komm irgendwie auch ran. Was macht ihr denn da? Hauen ab, ihr beiden Zauberen. Leute. An die Mucke wartet. Wartest. Ich brauch Abstand. So, Tom ist jetzt weit genug weg. Jetzt kann ich was geben. Ja, es hat Zeit gekostet. Aber eine 1,39,3. Jako, hast du gesoffen oder warum kommt eine 1,40? Weggerutscht wahrscheinlich. Ich hab eine 1,47, ist auch geil. Hä? Achso, du bist auch Stingelbeben. Ja, er hat sich gedreht. Oh, top, Alter. Ja, hopp. Ja, komm. Ist doch schlimmer als Sean. Na, Quatsch. Das ist ja noch gar nichts. Ja, du musst hier Gas geben. Der Regen kann jederzeit hier kommen. Deswegen. Ich bin viel zu langsam. Oh. Gut, ich fahr in die Box. Mein, 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 mein Empfindlich. Das ist wie Tastaturfahren hier bei dem Pad. Das ist voll ätzend. Hä? Echt? Das ist, bei mir geht's richtig gut. Ja, das ist, ich weiß das nicht. Das ist, bei den neuesten Codemaster-Spielen ist das bei dem Pad so. Mhm. Oh, das kannst du nicht einstellen. Und, äh, Showdown, Dirt 3 und so. Im Prinzip schon. Und so die erweiterten Lenkrad-Einstellungen können wir hier einstellen. Das ist alles. Ja, ja, ich weiß. Ich kenn mich damit aus. Ich bin nicht blöd. Aber egal, was ich da einstelle, ist einfach so wie es ist. Okay. Ist ja blöd. So im ersten Sektor war ich anderthalb Sekunden schneller als Tom. Ja, ist keine Kunst. Also wenn man sich bei der Zeit. Ja, dann sei mal dahingestellt. So 1,4 Sekunden. Oh, 1,3 Sekunden besser als letzte Runde. Ich will mir nochmal neue Reifen. Oder zumindest, ähm, fülle ich den Tank wieder auf. Ja, ich auch, ey. Obwohl, ne, passt mal auf. Ich probier's nochmal. Eine Runde geht vielleicht noch. Ah, hätt ich mal runterstellen sollen. Los, 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 los. Go, 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 go. Ne? Wenn du rausfährst auf Mager, dann auf Fett, dann wieder auf Mager. Dann kannst du direkt eine zweite Runde auf Fett hinterherknallen. Und dann werden Mager werden in die Box. Schaff ich ne ganze Runde auf schnell, wenn ich nur noch... Ne. Nein, ich will an die Box. Ah. Ich lass es. Ich lass es. 1,5 Sekunden hinter Jaco. Jaco 1,36. Mann. So, ich bin vor Mike. Vor mir auch. 1,37. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Geht doch schon wieder los. Aber ich meine, ich bin vor Mucke, nee, Quatsch, ich bin hinter Mucke, aber vor Tom. Die Frage ist doch, wie lange. Ja, wieder ein Sauber-Sandwich, mein Freund. Ja, wirst du zerlegt. Du wirst gesäubert. Nein, ich gebe alles, ey, das schwör ich euch. In der Aufnahme mach ich keinen Rücksticher, so wie mein Teamkollege. Macht er das normal, ist er gefeuert. Wussel mag eigentlich, ich hab den schon länger nicht mehr gesehen. Oder gehört. Ja, ey, keine Ahnung, das ist schon ein Loser. Ey, den verletzt das Haus, du guckst mir nie. Den Auflade, den hab ich genannt, den nenne ich, wenn das mein Teamkollege mitbekommt. Was? Ja, da mein Teamkollege Tom ist, guckt er sich das eh nicht an. Ja, was ey. Wenn er sagt, das ist voll scheiße, ich hab keine Lust mehr. Nein, weil ich hatte ja in dem Training auf einmal einen neuen Teamkollegen. Okay. Da hat sich nämlich einer in dein Sauber-Auto gesetzt. Ach. Ja, das war schon. Ja. Ja, ja. Der konnte natürlich nicht überzeugen. Opsi. Ich hab den Spoiler beschädigt. Wer ist denn da gegangen? Keine Ahnung. Weiß nicht. User wurde aus deinem Channel gelegt. Und einer hat nicht genommen. Ich glaub, Snickers ist gegangen und hat Jakob. Achso. Ja gut, das kann sein. Der nimmt den Jakob mit, ohne zu fragen. Der Arme. Jetzt wird's aber langsam dunkel am Himmel. Ja, ich muss mich beeilen. Das heißt nix. Das heißt nix. Ja, trotzdem, nochmal schnell alles geben hier. Ja. Ich hab ja auch P3 zu sein. Also, ich kann erstmal nicht mehr können. Ich bin auch P2, du. Ja. Da glaub ich hin. P5, ey. Ihr Nups. Unter Scheiße. Ich bin auf dem Heinz. Auf dem Heinz, wie Sau. Äh. Oh, scheiße. Selber. So, Tom, ne? Du darfst wieder schön Regen trainieren. Nein. Ach, scheiße. Im Rennen ist ja Regen. Ja, deswegen ja. 100%. Ja, dann lus ich sowieso ab. In der Quali Punkten. Tom, du bist gerade mal eine halbe Sekunde hinter mir. Ja, und nicht mehr lange. So, direkt mal neue Reifen drauf. Und noch mal Racker. Raus. Komm, Tom, komm. 6,5 Minuten noch knapp. Ich komm jetzt mal neue Schlatten drauf. Ja, das reicht. Noch neue Schlatten drauf. Das war ich nur für eine Runde. Blast drauf. Strecke. Ja, ich muss da drauf, bevor er anfängt zu regnen hier. Okay, in der Zeit schafft Pascal eine Runde. Jetzt macht ihr doch nicht so fertig. Pass auf, der zieht ja noch den Schwanz ab, wenn der richtig fahren kann. Du passt drauf. Momentan, wir sind auf Platz 4. Wer Pascal? Ja. Ja. Oh, ich bin total raus. Was ist denn los heute? Sind wir nicht gestern auch gefahren? Ja. Ja. Tja. Vielleicht liegt es ja noch bei mir. Zu viel Training. Bucca, äh, Bucca, weiß schon. Tom, eine Sache noch. Ja. Falls es, also, äh, prinzipiell bin ich mit Jako fahre und Jako macht den Server auf, dann ist das so, dass wir zwei Rennen durchfahren. Sollte das, ähm, jetzt hier nicht so laufen, wie ich es mir das wünsche, dann müssen wir das halt in der Aufnahme so machen, dass ich nach, äh, nach jedem Rennen mein PC neu starten muss. Ja, ist doch kein Thema. Ja, ich sag's ja. Ja, wir machen ja nach Malaysia eh eine kurze Pause. Ja. Wir ziehen ja nicht beide Rennen, äh, spriegt hintereinander sofort durch. Nee. Doch. Jeder kann danach mal pissen, essen, kacken. Nein, meine Mutter stottert. Wieso das? Dein Sprit ist alle. Deine Mutter stottert. Hab ich auch verstanden. Jako. Ja, das hab ich verstanden. Ja. Völlig egal, weil es für dich. Das ist wirklich. Meine Mutter stottert. Jetzt geht wieder jetzt die dreckigen Seine-Mutter-Witze los, oh, Mann. Nein. Nein, das will ich nicht hören. Das ist ein Faddy. Schalte. Noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten. 5 Minuten zu go. Oh, ich bin, ich bin richtig schlecht. Was? Geh du mir gleich mal deine Pet-Einstellung. Mann. Ich hab gar keine Einstellung, ich hab einfach nur angeschlossen und bin gefahren. Oh. Nicht, 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 nicht. Oh. Was denn? Gedreht? Ja, und Teil vom Flügel kaputt. Ich hab' ich das jetzt noch mal rein in den neuen Weißensatz. Da kommt drauf an, wo du bist. Ich bin jetzt gerade Anfang 2.6 Uhr. Das ist dann, würdest du es schaffen. Aber lohnt es sich, wenn du so mal toppen willst? Ja, das ist trocken. Also, jetzt musst du reinhauen, Jaco. Das wird saueng. Weil du ungefähr eine Minute in der Box verbringst. Ach, ich bin so schlecht, Mann. Was ist denn das? Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Tom ist an mir. Es ist so schlecht, aber fährt an mir vorbei, weißt du? Ja, ich mach so viele Fehler. Du bist trotzdem an mir vorbei. Wer ist gleich hinter mir? Ist richtig schlimm. Ich. Ich brauch mich schon wieder, ey. Also, in der Tabelle da oben links. Ey, Tom ist hinter mir. Ach, es war auf der Strecke, das musst du auch sagen. Ja, ich mein, ja, ich bin sicher mal hier auf der Strecke. In dem Tableau bist du ja immer hinten, ey. Darum musst du dich doch schon gewöhnt haben. Jakob, zieh vorbei. Danke. Jakob, zieh vorbei. Danke. Boah, fast Heck ausgebrochen, aber Gott sei Dank noch nicht. Ich darf nicht mehr fahren. Ich bin jetzt in der Box und stehe hier. Im Cockpit. Ich stehe hier im Cockpit. Ja, Pol. Geil. Ja, weg da. Weg da. Gibt's da nicht. Ja, was weg da? Wo soll ich denn hin? Ja, weg von der Strecke. Hau einfach ab. Ich muss ja auffahren. Aufs Gras. Rechts ran sofort. Gut gemacht. So, dann hol ich mir mal neue Reifen. Na, warum dreh ich mich denn hier? Keine Ahnung. Um's Flügel ab. Oh. Ich bin zwei Sekunden hinter dem Uffet. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ah, ne, ist beschädigt. Nur beschädigt. Ja, aber da kannst du es eigentlich auch machen. Ja, schaffst du, ja. Ach, warte. Wird nichts mehr. Mit kaputten Flügel kann ich auch noch fahren. Okay, ich habe noch zwei Sätze dann fürs Rennen. So, wieder auf dem Mager. Einen Versuch habe ich danach noch auf Fett. Jetzt ist Tom ja wirklich weg. Ja. Da fährt er auf die Pole. Das entwurmt den Jako jetzt. Ey, ich sehe das. Tom, du bist richtig stark geworden, muss man sagen. Ja, aber pass mal auf. Im Regen ist Jako so überlegen. Da habe ich keine Chance. Ich, wenn ich mich dauernd drehe. Ja, wer hat sich beim letzten Mal gedreht? Ich. Irgendwie alle. Ja, gut. Dein Shanghai, da hast du dich doch tausendmal gedreht, weil du zu früh die falschen Reifen draufgesetzt hast. Ja, das lag ja an dieser dämlichen Box. Ich habe gesagt Regenreifen und dann hast du erst, keine Ahnung, sieben Minuten später geregnet. Da waren meine Reifen schon runter. Ah. Tabbe kloppt. Nein. Gegen gerade und mein Motor stottert. Ja, da war ich auch vorhin. Du willst mich doch verarschen. Man, lass uns jetzt los, ich will fahren. Sag der Imagenieur, komm, Alter, mach voran. Ach, schade. Komm, bist du dich schon mal sicher? Nein, da geht eh nichts mehr. Ja, ich habe keinen Tank mehr gehabt, ne? Na, der Tank ist rausgefallen. Der ist ja aber keiner. Ja, aber es hat keinen Sprit mehr. Ich hatte keinen Sprit mehr. Doch, ich linge jetzt noch fast auf die Tür. Ich musste Gewicht sparen. Ich habe noch ein bisschen in den Tank reingemacht und der hat da ein Loch reingegrabbert. Gewicht sparen. Der Tank muss raus. Wo ist der Tank? So, wir fährten noch. In der Audi-Werbung. Also, Jako. Wir haben noch. Mike. Ich bin auch noch am Fahren. Mucke und Pascal auch noch. Ich war im ersten 6.22 Uhr hinter dir, Tom. Okay. Durchatmen. Draufweisen. Ich schau mal ein bisschen zu bei dir. Mucke. Ja, mach das. Oh, 33.000. Hintermucke. Au. Knapp. In der ersten Sektor. Hm. Ach so, okay. Ja, wo bist du denn, Mike? Ich bin zweiter Sektor jetzt. Warte, welche Nummer hier? Drei? Vier? Weitzehnt hinter, Tom. Also, momentan wäre ich zwischen dir und Jako. Na, mal schauen. Aber die Quali ist doch irgendwie trocken geblieben, ne? Okay. Was denn? Bist raus? Jo. Oh, ja. Okay, das heißt... Mucke, wo haben wir dich? Bitte, Moto, halt noch durch. Bitte fang jetzt die ganze Stotter. Meine Tucker-Zeige blinkt seit Startziel. Was? Und wir auch. Na, das wird aber knapp. Komm, komm, komm. Hört sich noch gut an. Ja. Oh, stark, oder? Oh, stark, oder? 1,37, 0. Ach so, okay. Ja, Mike könnte mich noch toppen, oder? Ja, der kommt jetzt gerade. Der kommt da jetzt gerade. Oh, ich spürt das in den nächsten Hausfahndruck. 36, 7, ja, oder? Oh, 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 oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter, Falter, war das heftig, ey. Krass. 4 Zehntel. Ich kam eine Kurve zu weit raus. Alter. Und die hat mir wahrscheinlich die Zeit gestohlen. Ja. Schwein gehabt, ey. Ja, da muss ja... Ich hab wirklich allerletzte Räder gefahren. 36, 8, also. Komm, ne, deine Aufgabe ist von vorne. Alle aufhalten im Regen und ich fahr vorbei. Ah, Podium.